Ein Stromnetz ist ein komplexes System. Damit es sicher und stabil arbeitet, muss es gesteuert werden. Das ist die Aufgabe der Systemführung der Übertragungsnetzbetreiber. Dieses Steuern ist notwendig. Das ist wie beim Autofahren. Damit das Auto sicher und zügig fährt, muss der Fahrer lenken, die Spur wechseln und den richtigen Gang einlegen. Ohne diese Eingriffe funktioniert Autofahren nicht. Greifen wir als Übertragungsnetzbetreiber in das Netz ein, beeinflussen wir verschiedene technische Parameter. Dazu gehören die Netzfrequenz, die Spannung und die Auslastung einzelner Leitungen. Wird zum Beispiel im Norden viel Strom von Windkraftanlagen produziert, der aufgrund eines Engpasses nicht zu den Verbrauchern gelangt, schützen die Netzbetreiber die Leitungen vor Überlastung. Dafür fahren wir das Windkraftwerk vor dem Engpass herunter und erhöhen die Produktion von anderen Kraftwerken oder Anlagen hinter dem Engpass. Der Eingriff heißt Redispatch. Andere Eingriffe funktionieren wie Umleitungen. Ist die Fahrbahn nur einspurig befahrbar, kommt es zum Stau und ein Teil des Verkehrs wird umgeleitet. Je dichter der Verkehr wird, desto öfter muss der Fahrer lenken. Dabei nutzen Autofahrer heute Brems- und Spurhalteassistenten oder ein Navigationssystem. Die Assistenten sorgen dafür, dass auch bei hohem Verkehrsaufkommen die Sicherheit gewahrt ist. Schließlich ist der Verkehr heute schneller und dichter als vor 30 Jahren. Aber die Autos haben sich weiterentwickelt. Genauso passen sich die Netzbetreiber mit Hilfe leistungsfähiger IT-Systeme an die Herausforderungen der heutigen Systemführung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017